Was ist denn Hula-Palu und was gehört denn dazu? Macht man beim Hula-Palu vielleicht die Äugelein zu? Kann man beim Hula-Palu die Sternelein sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Sag mir, wie soll das gehen? Was ist denn Hula-Palu und sag mir, wo kommt das her? Wie schreibt man Hula-Palu, was ist denn das, bitte sehr? Ich glaube, Hula-Palu ist gar nicht jugendfrei, doch was ist schon dabei, doch was ist schon dabei? Oli, 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 Untertitelung des ZDF, 2020